Moin Leute, heute habe ich ein ganz kurzes Technikvideo für euch, nichts besonderes eigentlich mehr gedacht für die Einsteiger und Anfänger und zwar Thema Gearbox Jam. Was ist ein Gearbox Jam, wie kann dieser auftreten, wie kann ich ihn verhindern und vor allem auch wie löse ich den bei meiner Waffe. Kommt nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Facebook relativ oft die Frage und ehrlich gesagt bin ich langsam ein bisschen zu faul da zurückzuschreiben. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein kurzes Technikvideo und erkläre euch mal wie man so ein Gearbox Jam beheben kann und auch wie dieser auftritt. So, dann letztes Video vor der EWA, am Freitag geht es natürlich los und für alle diejenigen, die nicht auf der EWA teilnehmen können, dürfen sich auf jeden Fall am Freitagvormittag auf ein richtig geiles Review freuen. So, dann fangen wir an Technikvideo zum Gearbox Jam, ich wünsche euch viel Spaß. So, ich habe mal so eine billige V2 Gearbox für euch aufgemacht, das ist aus einer Begade Sport M4, ja so ein Standardsystem eigentlich und hier kann man das jetzt recht gut erklären dran. Hier aber zunächst mal der Punkt, ihr seht schon, das hier ist ein herkömmliches System, wenn ihr jetzt eine ARIS habt oder eine G&G mit EFCS oder ETU drin, diese können im Regelfall nicht jammen. Bedeutet, wenn da irgendwas ist, ist es kein Gearbox Jam. So, bedeutet ein Gearbox Jam kommt eigentlich nur bei herkömmlichen Systemen vor, die eine reguläre Switch Assembly und einen regulären Cut-Off-Lever drin haben. Dann schauen wir uns zunächst mal die Bauteile an, die jetzt entscheidend sind oder wichtig sind. Das wäre einmal im unteren Bereich hier mit der schwarzen Schraube einmal euer Cut-Off-Lever. Dann haben wir im oberen Bereich einmal die Switch Assembly mit dem Kontaktschieber und hier unten einmal euren Abzug. Bedeutet, wenn ihr abdrückt, fährt einmal der Schieber hier innen drin rein und der Stromkreis wird sozusagen geschlossen und euer Motor fängt an zu drehen. So, dann haben wir noch einmal unser Sektor-Gear, der sitzt dann einmal hier oben drin und dieses hat im unteren Bereich einen Steuernocken. Das ist quasi einmal das Dreieck, was ihr hier unten einmal dran seht. Und dieses Dreieck oder dieser Steuernocken betätigt jetzt nach jeder Umdrehung einmal den Cut-Off-Lever im unteren Bereich. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Bedeutet, wenn der Steuernocken kommt, fährt der Cut-Off-Lever nach oben. Und was macht jetzt der Cut-Off? Bedeutet, ihr gebt jetzt einmal Strom drauf, ihr drückt also sozusagen ab, der Stromkreis ist geschlossen, das Zahnrad dreht sich, jetzt wird der Schuss gelöst und klack, der Cut-Off fährt nach oben und zieht jetzt quasi den Kontaktschieber wieder raus. Damit quasi der Schuss sozusagen gelöst ist und das Ding nicht weiterläuft. Das ist quasi einmal der Schussvorgang im Semi-Modus. Wenn wir jetzt gerade schon vom Semi-Modus sprechen, so ein Gearbox-Jam ist eigentlich auch nur für Semi-Only-Waffen relevant. Bedeutet, da sind wir Deutschen natürlich wieder mega angekackt, denn die Ausländer, die Ausländer, nein, das darf ich gar nicht sagen, also unsere Kollegen aus Österreich oder der Schweiz oder überall anders auf der Welt, die Full-Auto haben, schalten quasi dann einfach auf Full-Auto um, geben nochmal ein paar Schuss ab und dann ist der Gearbox-Jam für die eigentlich gelöst. Ist bei uns natürlich in Deutschland leider nicht möglich. So, aber was ist jetzt genau der Gearbox-Jam? Jetzt nehmen wir mal an, ihr schießt jetzt, ihr drückt also einmal euren Abzug, zack, der Stromkreis wird geschlossen. So, es macht klack, der Schieber wird rausgenommen und jetzt kann es aber passieren, wenn ihr zu früh vom Abzug runter geht oder euer Motor zu schwach ist, dann kann es passieren, dass der Steuernocken in so einer blöden Position stehen bleibt oder das Sektor-Gear, dass der Cut-Off-Level im unteren Bereich ganz leicht betätigt wird. Bedeutet, der wird noch nicht komplett hochgedrückt, ist aber auch noch nicht komplett unten. Und dann kann es passieren, wenn ihr jetzt, Moment, ich muss erstmal die Position finden, die Feder ist auch nicht mehr die beste. So, hier haben wir die Position, der ist jetzt also nicht komplett unten, aber auch noch nicht komplett oben. Und wenn ihr jetzt abdrücken wollt, seht ihr, dass es nicht möglich ist. Bedeutet, hier habt ihr einen Widerstand drauf und der Schieber kann einfach nicht in die Kontaktflächen reinfahren. Und das ist auch von Modell zu Modell ein bisschen unterschiedlich. Das kann sich entweder so zeigen, dass ihr quasi drückt, aber der Widerstand am Abzug zu stark ist, also zu hoch ist. Und bei anderen Modellen wiederum ist es dann der Fall, ihr gedrückt, aber dann klackt es nur die ganze Zeit. Also klack, klack, klack und nichts passiert. Da ist quasi auch der Cut-Off-Level in so einer blöden Position, dass er jedes Mal, wenn ihr abdrückt, tut er automatisch den Schieber wieder automatisch aushaken. Und dadurch dieses Klacken. Und das ist sozusagen der herkömmliche Gearbox-Jam. Bedeutet eine Fehlstellung oder, ja, eine Fehlstellung einmal vom Sektor-Gear. So, jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, wo viele sagen, das ist ein Gearbox-Jam, ist es aber eigentlich nicht. Die sprechen wir auch noch ganz kurz an. So, wie gesagt, zweite Möglichkeit ist im Regelfall ja eigentlich kein Jam. Tritt auf, wenn ihr zum Beispiel 7,4 Volt Lipos nutzt, der Akku schon relativ weit entladen ist und euer Motor zu der verbauten Feder zu schwach ist. Jetzt schauen wir uns wieder den Schusszyklus an. Wir drücken also einmal den Abzug, der Stromkreis wird geschlossen, die Gear drehen sich und jetzt fängt das Sektor-Gear an, einmal den Pisten aufzuziehen. So, jetzt nehmen wir mal an, ihr triggert zu schnell und geht jetzt vom Abzug runter. Wenn jetzt euer Akku zu schwach ist, euer Motor zu schwach ist oder eben die Feder zu stark ist, kann es passieren, dass euer Pisten einfach in dieser Position jetzt stehen bleibt. Bedeutet, der ist noch nicht komplett hinten, allerdings ist die innen laufende Feder oder unsere Feder schon komplett komprimiert. Bedeutet, hier ist unheimlich viel Kraft und unheimlich viel Zug auf der Feder dann drauf. Dann wollt ihr abdrücken und jetzt nehmt ihr immer unten am Pistolengriff so ein Zucken wahr. Bedeutet, ihr drückt ab und merkt dann immer so ein Klack, 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 immer so ein Zucken am Pistolengriff. Bedeutet, euer Motor will aufziehen, schafft es aber nicht, die Kraft oder die Feder komplett die letzten zwei Millimeter zu komprimieren. Ist wie gesagt eigentlich kein Gearbox-Jam, aber viele sagen halt, es ist auch ein Gearbox-Jam. So, und wie ihr diese beiden Punkte vermeiden könnt, dass sie nicht auftreten, das sprechen wir jetzt an. Also, was können wir dagegen tun, um eben keinen Gearbox-Jam mehr zu bekommen oder eben den Fehler, dass der Piston hinten stehen bleibt, dem entgegenzuwirken. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man jetzt mal im Netz immer ein bisschen rumguckt und rumschaut auf den ganzen einschlägigen Seiten, liest man häufig, MOSFET reinbauen. Ein reines MOSFET kann ein Gearbox-Jam um 20% verhindern, sage ich jetzt mal. Aber nicht zu 100%. Wenn ihr jetzt hier ein MOSFET reinbauen würdet, würdet ihr quasi diese Kontaktflächen einmal umgehen sozusagen. Bedeutet, die Kontaktflächen werden nicht mehr so stark mit Spannung versorgt. Hier wird quasi die gesamte Spannung, welche vom Akku kommt, wird direkt runter zum Motor geleitet. Dadurch habt ihr weniger Innenwiderstand drauf und der Motor kann mehr Kraft aufbauen. Das, wie gesagt, der Motor kann mehr Kraft aufbauen und das ist genau der Punkt, wo man sagt, hier kann man dem Gearbox-Jam etwas entgegenwirken. Aber nicht zu 100%. Denn selbst wenn ihr ein MOSFET drin habt und einfach zu schnell vom Abzug runter geht, eure Gear ist einfach zu langsam laufen, dann kann es ebenfalls mit einem MOSFET passieren, dass das ganze System einfach in der falschen Stellung stehen bleibt. Also eine 100%ige Lösung ist ein MOSFET, ein reines MOSFET nicht. So, jetzt reden wir vom reinen MOSFET. Allerdings haben wir den Vorteil von einem MOSFET, dass wir 11,1 Volt nutzen können. Denn hier werden die Kontaktflächen eben nicht so stark belastet oder nur sehr wenig belastet. Der Vorteil natürlich durch den 11,1 Volt Lipo dann, wenn ihr zum Beispiel einen rein macht, das System dreht um einiges schneller wie bei einem 7,4 Volt. Und selbst wenn ihr jetzt vom Abzug zu früh runter geht, die Motoren laufen immer ein kleines bisschen nach. Bedeutet, ihr geht runter und dennoch dreht der Motor ein kleines bisschen nach und löst dennoch den Schuss aus. Also mit einem 11,1er jammt eine Waffe um einiges weniger, wie mit einem 7,4 Volt Lipo. Hier aber jetzt auch der Punkt, welche Feder ist verbaut und welcher Motor ist dran verbaut. Dann sind wir beim Thema, wie gesagt, beim Motor. Viele Waffen lassen sich eigentlich, die oft zum Jammen neigen, lässt sich eigentlich leicht beheben, indem man einfach einen stärkeren Motor rein macht. Zum Beispiel einen günstigen SAS oder einen Red Dragon High Torque oder den AIM, den 430 oder einen teuren Tiny Lee. Bedeutet, ein Motor mit sehr viel Drehmoment, sehr viel Kraftaufbau. Die Motoren, auch wenn ihr 7,4 Volt dann zum Beispiel nutzt, die haben so viel Kraft, da tippt ihr einmal an und dann hat das Ding so viel Zug, das dreht euch umgehend, das Sektor geht auf und löst dann umgehend den Schuss. Also hier ist dann auch meistens ein Gearbox-Jerm mit einem starken Motor nicht mehr möglich. So, und dann die letzte Variante, wie wir einen Gearbox-Jerm wirklich zu 100% beseitigen können, dass er eben nicht mehr auftritt, ist das Einbau von einem EFCS oder von einem ETU-System. Bedeutet, Gate-Highten, Perun, ASU, G&G, ETU oder Ares EFCS-System. Hier wird dann quasi der Schusszyklus nicht mehr über die Standard-Switch-Assembly geregelt, sondern extra über einen kleinen, so einen Elektrochip. Bedeutet, ihr tippt einmal den Abzug an und auch wenn ihr jetzt runter geht, gibt der Chip so lange Strom auf das System drauf, bis das Gear wirklich zu 100% einmal gedreht hat. Und erst dann, ja, bremst das Ganze ab, wird also immer 100% der Schusszyklus durchlaufen. Das ist, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, um einen Gearbox-Jerm zu 100% auszuschließen. Einbau, EFCS-System oder eben ETU. Aber, wie gesagt, kosten relativ viel Geld immer. Selbst mit einem sehr starken Motor könnt ihr einem Gearbox-Jerm entgegenwirken. Ich glaube, ein Redragon oder ein High-Torque von SAS kostet, glaube ich, um die 40 Euro. Ist ein sehr starker Motor, müsst ihr aber dann auch schauen, dass ihr die Motoreinstellung wieder ordentlich trefft. Ansonsten, als Anfänger ist es auch immer ein bisschen schwer, Motor zu wechseln und hin und her, dann kreischt das Ding und scheppert. Dementsprechend, wie gesagt, muss jeder entscheiden, wie er jetzt vorgehen möchte. So, und jetzt kommen wir endlich eigentlich zum wichtigen Punkt des Videos. Wie können wir je nach Modell so einen Gearbox-Jerm lösen? Bedeutet, was machen wir, damit unsere Waffe wieder funktioniert, wenn sie gejammt hat? Das versuche ich euch jetzt bei so vielen Modellen wie möglich zu zeigen, die ich da habe, damit ihr es auf eure Waffe anwenden könnt. Zunächst mal Standard V2. Zeige ich euch jetzt einmal bei der offenen Gearbox. Müsst ihr aber selbstverständlich nicht komplett öffnen. Ich demonstriere euch nur, was genau da drin dann vorgeht. So, die erste Möglichkeit, ich zeige euch sichere Varianten oder schöne Varianten und ich zeige euch etwas rabiatere Möglichkeiten. Dann könnt ihr entscheiden, was ihr mit eurem System machen wollt. Die erste Möglichkeit und sicherste Variante ist immer, einmal den Anti-Reversal zu lösen. Anti-Reversal ist immer dieses Bauteil, hier unten drin zum Beispiel bei einer V2-Gearbox, was verhindert, dass die Gearbox oder die Zahnräder rückwärts drehen. Da habt ihr hier unten drin normalerweise noch das Bevel-Gear-Sitzen. Da habt ihr solche Einrastpositionen dran und quasi hier drückt der quasi in die Positionen rein, damit verhindert wird, dass sich die Zahnräder rückwärts drehen. Um jetzt den Gearbox-Jam zu lösen, müssen wir aber unser System oder unsere Feder komplett entspannen, falls sie auf Zug ist. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit bei M4-Modellen, ihr schraubt euren Pistolengriff unten einmal komplett weg, bedeutet einmal die Motorplatte lösen, den Motor komplett raus und im inneren Bereich dann auch einmal die zwei Schrauben vom Pistolengriff ebenfalls einmal komplett entfernen. Dann könnt ihr den Pistolengriff nach unten von der Waffe abziehen. Jetzt habt ihr hier unten drin, wo normal der Motor reinläuft, seht ihr dann im inneren Bereich einmal euren Anti-Reversal, dieses Teil hier. Jetzt müsst ihr einfach von unten mit einem Inbus oder mit einem kleinen Tool, ich empfehle auch zum Beispiel eine Häkelnadel, reingehen und müsst diesen etwas nach unten ziehen, quasi damit er vom Zahnrad oder von dem Bevelgear weggeht. Dann löst sich die Feder, die Gears drehen rückwärts und somit ist euer Gearbox-Jam behoben. Das wie gesagt bei einer V2, bei einer M4 zum Beispiel oder halt bei anderen Kniften, die eben M4-kompatibel sind oder ähnlich sind. Jetzt gibt es noch ein paar Varianten, die eine Möglichkeit ist, es funktioniert aber nur, wenn ihr einen relativ schwachen Motor drin habt, mit relativ wenig Drehmoment drauf, beziehungsweise mit schwachen Magneten. Zum Beispiel jetzt bei dieser Syma, bei diesem Begade Sport M4 geht es eigentlich hervorragend. Ihr nehmt einfach einen relativ, ja einen relativ langen Schraubendreher oder irgendwas, nur bitte keinen irgendwie, keinen spitzigen Kreuz, sondern irgendwie ein Inbus oder sowas. Geht hier einmal in die Nossel rein und drückt quasi den Pisten ein Stückchen weiter. Nur ein kleines bisschen. Bedeutet, ihr dreht sozusagen die Zahnräder über den Pisten ein bisschen weiter. Und das ist aber wie gesagt nur möglich, wenn ihr einen relativ schwachen Motor drin habt. Habt ihr hier einen Tain-Li oder sowas drin, ist es euch nicht möglich, hier irgendwas zu bewegen. Denn da ist einfach zu viel Widerstand wegen der Untersetzung drauf. Dann die nächste Möglichkeit, das geht zum Beispiel auch bei VFC-Modellen oder auch bei dem Modell jetzt hier. Wenn ihr euch die Gearbox anseht, seht ihr, dass hier hinten so ein kleines Fenster drin ist. Bedeutet, ihr löst einmal den vorderen Pin von eurer M4 und zieht einmal eure Gehäusen auseinander. Dann kommt ihr mit einem Schlitzschraubendreher, kommt ihr einmal ans Spurgier durch das Fenster ran. Auch dann ist es euch möglich, das Spurgier einfach ein kleines bisschen, so zwei Zähne einfach weiter zu drehen oder weiter zu hebeln. Das ist auch wie gesagt keine schöne Lösung, das kann auf Dauer ein bisschen auf die Gears gehen. Im Regelfall macht es aber nichts. Also ich habe auch schon öfter eine VFC so entchämt, funktioniert eigentlich tatlos und geht auch am schnellsten eigentlich. Also wenn ihr hier oben ein Fenster drin habt, Schlitzschraubendreher nehmen, Spurgier ran und einfach ein kleines bisschen weiter hebeln. So zwei Zähne ist ausreichend und auch dann ist der Gearbox Jam damit behoben. So und dann gibt es noch eine ganz ganz widerliche Lösung, das wäre dann einfach unten den Motor zu überbrücken. Bedeutet, ihr nehmt einfach zwei Kabel an einem Stecker dran und gebt einfach kurz ein bisschen Strom auf den Motor drauf, dass dieser ein bisschen weiter dreht. Ist nicht ganz ohne, da muss man auf den Motor ein bisschen reindrücken, damit er in die Gears greift. Deswegen erkläre ich das jetzt mal nicht wirklich so im Detail. Eine Möglichkeit gibt es noch und zwar falls ihr ein MOSFET drin habt, ein externes MOSFET, welches über Steckverbindungen verbunden ist. Da habt ihr zum Beispiel bei diesen Chefchon Dingen, habt ihr teilweise hier hinten, habt ihr dann so blaue Kabel raus. Da habt ihr einen BEC-Stecker dran und dann nochmal einen normalen T-Stecker. Dann habt ihr die Platine dran setzen, also eure MOSFET-Platine und dann erst den Akku. Hier kann man auch einfach die Platine komplett abziehen, auch die Steuerkabel, also die Signalkabel abziehen und dann einfach direkt den Akku, direkt am Motor ganz kurz anstecken. Beziehungsweise nicht stecken, sondern ganz kurz einfach Strom drauf geben, auch dann dreht der Motor kurz weiter und dementsprechend ist der Gearbox-Charm damit behoben. So, wie gesagt, das sind die Möglichkeiten jetzt bei einer V2. Jetzt schauen wir uns das Ganze bei einer V3, beziehungsweise bei einer AK an. So, auch bei einer AK muss zunächst mal unten einmal der Pistolengriff weg. Hier habt ihr zu erfreulicherweise meistens immer nur eine Schraube dran. Das heißt, egal von welchem Hersteller eure AK ist, eine Schraube lösen und dann einfach den Pistolengriff einmal abziehen. So, und jetzt kommt es auch auf den Hersteller darauf an. Wenn der Hersteller mitgedacht hat, hat die Gearbox seitlich ein Fenster drin. Bedeutet, entweder links oder rechts könnt ihr innen drin reinschauen und seht durch dieses Fenster in der Gearbox, seht ihr euren Anti-Reversal, wie gerade schon bei der V2 gezeigt. Hier könnt ihr dann einfach durch das Fenster rein seitlich und einmal den Anti-Reversal nach unten drücken und somit den Jam lösen. Wie gesagt, das hat jetzt leider die Syma AK, die ich jetzt hier habe, leider nicht. Hier hat also Syma nicht mitgedacht. Dementsprechend müssen wir auch bei diesem Modell einmal ganz kurz den Motor wegmachen. Habt ihr einfach zwei kleine Schrauben dran, die löst ihr einfach einmal. Und jetzt könnt ihr den Motor ganz einfach nach hinten wegklappen. Und dann könnt ihr ebenfalls wieder ins Innere reinschauen und dann seht ihr auch hier wieder am Bevelgear unten im hinteren Bereich wieder den Anti-Reversal-Ledge. Selbem ist spielbar wie bei einer V2-Gearbox. Dieses Stahlteil drückt also gegen das Bevelgear oder gegen das Zahnrad und verhindert jetzt wieder, damit unsere Gearbox oder unsere Feder oder unsere Gears rückwärts drehen. Diesen müssen wir wieder lösen, auch hier wieder einen kleinen Inbus oder irgendwas, ein bisschen runter gehen und diesen einfach nach oben hebeln. Zack und somit ist das Ganze entspannt. Wenn ihr noch ein kleiner Tipp, wenn ihr kein passendes Tool habt, um den Anti-Reversal zu lösen, ist es ebenfalls möglich, es Bevelgear mit etwas Kraft weiterzudrehen. Auch hier langen zwei, drei Reihen, also zwei, drei Zähne aus, damit der Gearbox Jam behoben ist. Aber das wie gesagt nur, wenn ihr keine Möglichkeit habt, den Anti-Reversal rauszuziehen. Auch das Weiterdrehen ist nur möglich, wenn die Feder nicht komplett gespannt ist. Dann geht es weiter mit dem nächsten Modell und zwar G36. G36 anwendbar jetzt auf jeden Fall für die G60-Serie von Syma oder Begade Sport, dann HW60, S&T und die alte Ares G36. Also für die ganzen Modellen funktioniert es auf jeden Fall. Zunächst mal müsst ihr standardmäßig die beiden Pins lösen. Einmal am Magazinschacht und einmal hier hinten am Klappschaft oder besonders fürs Griffstück. Die beiden Pins komplett einmal raus, dann den Magazinschacht nach unten einmal abnehmen, ein bisschen hochkant herstellen und jetzt im inneren Bereich die Hop-Up-Kammer nach vorne drücken. Die ist gefedert. Also kräftig nach vorne drücken und dann das Griffstück oder die Nossel nach oben raus. Und das ist jetzt bei mir ein bisschen würstig zu zeigen, denn ich habe hier vorne ein MOSFET drin mit den ganzen Kabeln. Aber es ist auf jeden Fall so auch möglich, denke ich mal. Holen wir es ja vielleicht nur zum Stück raus. So und dann legen wir uns das Ding mal so her. Und wenn ihr jetzt ein Gearbox-Jam lösen wollt, schaltet einfach oben auf Semi, drückt mit einem kleinen Tool oder mit einem Schraubendreher einfach den Cut-Off bis Anschlag hoch und drückt einmal ganz kurz ab. Und damit wäre der Gearbox-Jam ebenfalls bei diesen Modellen sehr, sehr schnell gelöst. Jetzt das Ganze einfach wieder zurück ins Gehäuse rein, Pins rein und fertig. Nur nochmal ganz kurz zur Information, auch wenn ihr das Griffstück wieder reinbaut, müsst ihr selbstverständlich die Hop-Up-Kammer nach vorne drücken. Ansonsten bekommt ihr die Nossel nicht rein. Bedeutet, Hop-Up-Kammer nach vorne drücken, Griffstück hinten ansetzen und dann vorne nach unten drücken. Und erst dann könnt ihr die Hop-Up-Kammer wieder loslassen, wenn also alles ordentlich drin sitzt. Ansonsten, wenn ihr die Hop-Up-Kammer nicht nach vorne drückt, bekommt ihr die Gearbox oder das Griffstück nicht mehr rein. So, und das letzte Modell, wo ich es euch zeigen kann, ist eine ICS. Hier geht es natürlich am schnellsten. Wir drehen das Ganze einfach einmal um, lösen den hinteren Pin, drücken einfach einmal rein und klappen das ganze System jetzt einmal auf. Hier natürlich beachten, Achtung, eine Kugel ist vermutlich in der Hop-Up-Kammer drin. Die löst sich jetzt dann also nicht irgendwie auf Menschen zielen, sondern am besten auf dem Boden und dann einfach einmal aufklappen. Und jetzt habt ihr gehört, jetzt hat es Klack gemacht, die Feder hat sich einmal komplett entspannt. Und jetzt könnt ihr hier ganz komfortabel einmal den Gearbox-Jam über die Gears lösen. Nehmen wir einfach einen kleinen Schrittschraubendreher, gehen hier seitlich an diesen Haken hin und hebeln einfach als Sektor-Gear ein, zwei Zähne weiter. Und somit ist das ganze System bereits komplett wieder entjammt. Jetzt muss ich noch kurz den Akku reinlegen, Moment. So, bevor der jetzt zuklappt, müsst ihr natürlich wieder aufpassen, damit das Sektor-Gear nicht oben steht. Bedeutet, einmal wieder vorsichtig auf Semi kurz zippen. So, jetzt seht ihr, jetzt ist es komplett blank oben, jetzt können wir das Ganze wieder zuklappen und dementsprechend ist unser Gearbox-Jam damit behoben. So, Freunde, das soll es schon wieder für heute gewesen sein, ein ganz kurzes Technik-Video zum Thema Gearbox-Jams. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Wenn dir noch Fragen da sein sollten, jederzeit einfach unten ins Kommentarfeld reinhauen. Dann bedanke ich mich selbstverständlich wieder, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann am Freitag zu einem kleinen Review. Bis dahin, haut rein! Bis dahin, haut rein!